Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Vollduser. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam ein Spiegelei-Topflappen. Das geht super schnell und ist wirklich ein schöner Hingucker in jeder Küche und auch natürlich prima als Geschenk geeignet. Wir häkeln diesen Topflappen aus Baumwolle. Ich zeige es euch mal kurz. Ich verwende hier heute diese Rainbow 8-8. Die ist ungefähr zu vergleichen mit dieser Scharremeyer Grande. Wir benutzen eine 3 mm Häkelnadel. Ihr braucht dann natürlich noch Nadel und Schere. Farben, ganz klar, gelb und weiß. Wir starten von hier innen mit diesem Innenteil in gelb. So, ich lege das mal kurz auf die Seite. Wir machen uns einen Fadenring und in diesen Fadenring häkeln wir 6 feste Maschen hinein. Ist das geschafft? Finger rausziehen und den Fadenring zuziehen. Es geht jetzt weiter mit unserer nächsten Runde und in der verdoppeln wir jede Masche. So, verdoppeln bedeutet immer 2 feste Maschen in eine Masche hinein, dass wir auf eine Maschenanzahl in dieser Runde von insgesamt 12 kommen. So, habt ihr das dann geschafft, könnt ihr euch jetzt einen runden Markierungsfaden dazu holen. Ich verwende hier immer ein andersfarbiger Wollschnipsel, ca. 10 cm lang und den legen wir uns hier so in das Häkelstück ein. Es geht jetzt weiter mit unserer nächsten Runde und in der häkeln wir jetzt eine feste Masche und die nächste Masche wird wieder verdoppelt. So, das machen wir immer wiederholend, also eine feste Masche einmal und die nächste wieder verdoppeln. Das machen wir bis hier hinten an unseren Faden, unseren Maschenmarkierungsfaden. Dann hier hinten an eurem Markierungsfaden angekommen, holt ihr euch diesen Faden einfach so und klappt ihn über das Häkelstück drüber. Das machen wir jetzt nach jeder Runde, klappen wir uns den immer hin und her. So, es geht jetzt weiter mit 2 festen Maschen. Erste, nebendran die zweite und dann wieder eine Verdoppelung. So, wie eben in dieser Runde immer hatten wir eine feste Masche und eine Verdoppelung und jetzt halt 2 feste Maschen, erste, zweite und hier die dritte wird dann verdoppelt, ja. Und das machen wir immer wiederholend, 2 feste Maschen, eine Verdoppelung bis an unser Markierungsfaden. Es folgt nach dieser Runde in gelb eine weitere Runde mit 3 festen Maschen und einer Verdoppelung. Auch das immer wiederholend. Ich mache diese 2 Runden jetzt mal schnell und bin gleich wieder zurück. Bin ich wieder zurück, ich habe jetzt meine beiden Runden hier fertig gehäkelt. Meine letzte Runde war jetzt die mit diesen 3 festen Maschen und einer Verdoppelung, ja. Wir machen jetzt einen Farbwechsel, also erstmal Markierungsfaden hier rum. Wir stechen in die nächste Masche hier einmal ein und ziehen uns einmal eine Kettmasche. So, den Faden schneiden wir uns jetzt ab. Wir wechseln zu weiß. So, am besten hier diesen letzten Faden so ein bisschen nach vorne erstmal halten, mit dem Daumen festhalten. Legen wir uns unseren weißen Faden an und ziehen ihn einmal hier durch diese erste Masche hindurch, ja. Wir starten auch direkt wieder hier in diese Masche, wo wir diese Kettmasche gesetzt haben. Es geht jetzt immer so weiter, dass wir immer eine weitere Masche pro Runde dazunehmen. Eben hatten wir jetzt hier 3 und eine Verdoppelung. Es geht jetzt immer quasi eine Masche höher. Ja, diese Runde, wo wir jetzt häkeln, ist mit 4 festen Maschen und einer Verdoppelung. Wir gehen soweit hoch, bis wir auf insgesamt 11 festen Maschen und einer Verdoppelung angekommen sind, ja. Ich möchte euch dazu noch erklären, wie wir jetzt hier zunehmen, ohne dass das Ganze aussieht nachher wie ein Stoppschild. Also, wir setzen jetzt hier, wir haben jetzt die gerade Zahl 4, also immer wenn wir eine gerade Zahl haben, halbieren wir diese Zahl und beginnen jetzt bei 4 mit 2 festen Maschen. So, diese Anfangsfäden, die häkle ich mir jetzt noch kurz mit ein, dann spart man sich das Vernähen. Also, die erste, zweite und wir machen jetzt schon eine Verdoppelung. So, das machen wir nur am Anfang hier, ja. Und jetzt geht es ganz wie gewohnt weiter, wie es so sein soll, mit 4 festen Maschen. So, 4 festen Maschen. So, das reicht mir schon mit dem Einhäkeln. Ich klappe mir das jetzt einfach so weg, diese Fäden, die schneide ich mir später einfach ab. So, 4 feste Maschen und eine Verdoppelung. So, wir wiederholen das jetzt immer mit diesen 4 festen Maschen. Und eine Verdoppelung. Also, immer wiederholen. 4 feste Maschen, eine Verdoppelung. Und wenn ihr dann hier hinten so ziemlich angekommen seid, seht ihr, dass euch jetzt hier noch 2 Maschen fehlen. Das sind diese 2 Maschen, die wir am Anfang hier gesetzt haben. Na, dass wir wieder auf diese 4 kommen. Da häkelt ihr einfach jetzt hier je eine feste Masche hinein, Markierungsfaden wieder rum. Und jetzt geht es weiter mit 5 festen Maschen und einer Verdoppelung. Das ist jetzt eine ungerade Zahl. Da brauchen wir gar nichts zu beachten. Da häkeln wir jetzt einfach direkt drauf los. 5 feste Maschen und eine Verdoppelung. So, 5 und eine doppelt. So, um euch das nochmal kurz ein bisschen näher zu erklären. Wir häkeln jetzt immer 5 feste Maschen, eine Verdoppelung. Klar, bis zu unserem runden Ende. Kommt dann diese nächste Runde mit 6 festen Maschen und einer Verdoppelung. Haben wir wieder eine gerade Zahl quasi mit diesen 6. Wir halbieren uns wieder die 6. Also starten wir mit 3 festen Maschen am Anfang einer Verdoppelung. Und dann geht es jetzt wie eben hier in dieser 4er Runde wieder weiter mit ganz normal 6 festen Maschen, eine Verdoppelung. Ja, bis wir hinten angekommen sind. Und dann habt ihr hier noch diese restlichen 3. Mit den 7 festen Maschen mit einer Verdoppelung. Diese Runde ist wieder ohne Beachtung. Es ist wieder eine ungerade Zahl. Häkeln wir einfach drauf los. Wie jetzt bei diesen mit 5. Bei der 8. Klar, wieder gerade. Also wieder das Ganze halbieren. Wir starten dann mit 4 festen Maschen und einer Verdoppelung. Das machen wir immer nur am Anfang. Achte darauf. Und dann ganz normal 8 feste Maschen, eine Doppelung. Wir häkeln das nach diesem Schema, dass wir diese Verdopplungen immer etwas versetzt bekommen. Ja, und dann erreichen wir automatisch den Effekt, dass nach dieser Verdopplungsgröße immer, wir häkeln ja wie ein Teller quasi. Es geht ja so auseinander, dass es halt rund ist. Machen wir das nicht, hätten wir in einer Linie immer die Verdopplungen. Und dann wird das automatisch so eckig. Und um das zu verhindern, versetzen wir das Ganze quasi. So, ich hoffe, das war jetzt so verständlich. Ich hatte es schon in manchen Videos auch erklärt, wo wir diese Tassenuntersetzer und sowas gehäkelt haben. Das ist jetzt hier genau das gleiche Prinzip. So, also wir machen das jetzt hier nach diesem Prinzip halt so, bis wir auf insgesamt 11 festen Maschen und einer Verdoppelung angekommen sind. Diese Runden, die mache ich jetzt mal weiter und melde mich gleich wieder zurück. Die hat diese Runden dann geschafft. Also ich bin jetzt hier bei meiner letzten mit 11 festen Maschen und einer Verdoppelung angekommen. Alles nach diesem Schema, wie ich euch das eben erklärt habe. Immer, dass wir diese gerade Zahlen immer am Anfang einmal halbieren. Ich denke, das war jetzt ganz klar. Die ungeraden Zahlen einfach ohne Beachtung, ganz normal häkeln. Und dann entsteht hier so ein schöner, runder Kreis. Wir machen jetzt noch weiter mit der letzten Runde. Und in dieser häkeln wir hier dieses Muster, dass das so ein bisschen wellig aussieht, das Ganze. So, und dazu starten wir jetzt mit einer festen Masche. Ja, eine feste Masche. In die nächste Masche kommt ein halbes Stäbchen. Ein Umschlag in die Masche rein. Faden holen. Wir haben drei Schlaufen. Zusammen abmaschen. So, also ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche folgt ein Stäbchen. Umschlag hier rein. Faden holen. Einmal abmaschen. Zweimal abmaschen. So, und in die nächste Masche jetzt folgen zwei Doppelstäbchen. Für ein Doppelstäbchen macht ihr einfach zweimal hier einen Umschlag. Ja, einmal, zweimal. Wir stechen ein, holen uns den Faden, maschen es einmal ab. Zweimal ab. Und das dritte Mal, da haben wir ja schon ein Doppelstäbchen. Und von diesen Doppelstäbchen häkeln wir, wie gesagt, zwei Stück in die gleiche Masche. Nur hier, bei diesen Doppelten. Also wieder in die gleiche Masche hinein. Ein weiteres Doppelstäbchen. So, und jetzt gehen wir einfach, was wir hier eben nach oben hin angefangen haben, wieder nach unten, nach dem gleichen Prinzip. So, also in die nächste Masche hier folgt jetzt erstmal ein Stäbchen. In die darauf folgende wieder jetzt ein halbes. Und eine feste Masche in die nächste Masche. So, da haben wir hier schon eine so, ja, eine Welle. Und das wiederholen wir jetzt einfach nach diesem Prinzip, bis wir hinten an unserem Rundenende wieder angekommen sind. Also noch einmal ganz kurz erklärt. Wir starten mit unserem Muster. Mit einer festen Masche. Ein halbes Stäbchen. Ein Stäbchen. Zwei Doppelstäbchen in eine Masche. Nur hier. Dann wieder ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und eine feste Masche. So, das ist immer unser Bogen. Wir gehen direkt wieder hier weiter. Mit, ich mache es euch noch einmal vor. Eine feste Masche. Beginnen wir das Ganze also. Ein halbes Stäbchen. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und es folgen jetzt zwei Doppelstäbchen in die gleiche Masche. Einmal. Zweimal. Und dann geht es wieder weiter mit einem Stäbchen. Einem halben Stäbchen. Und einer festen Masche. So, jetzt gehen wir direkt hier wieder weiter. Wie eben schon erklärt. Eine feste Masche. Ein halbes. Ein ganzes. Zwei Doppelte. Ein Stäbchen. Ein halbes. Eine feste Masche. So. Und das machen wir jetzt immer. Immer wiederholend. Bis wir hier hinten wieder angekommen sind. Wenn ihr dann hier hinten angekommen seid. An eurem Markierungsfaden. Da haben wir noch eine Masche übrig. Und die setzen wir jetzt eine Kettmasche. So. Und häkeln uns jetzt 20 Luftmaschen. Als Aufhängung. Ja. Als kleine Aufhängungsschlaufe. Zeig es euch mal. Ups. So. Hier. Also 20 Luftmaschen. Wir stechen jetzt hier in diese gleiche Masche, in die wir diese Kettmasche gesetzt haben, wieder ein. Und ziehen uns erneut eine Kettmasche. So. Den Faden könnt ihr jetzt abschneiden. Einfach an der Schlaufe so lang ziehen, bis der Faden einmal durchgezogen ist. Und dann haben wir auch schon hier unsere Aufhängungsschlaufe. Den runden Markierungsfaden kann man jetzt rausziehen. Und hier diesen letzten Faden natürlich vernähen. Auf der Rückseite diese zwei Züppel, die wir eben mit eingehäkelt haben. Die kann man sich jetzt so knappkantig kürzen. Und der Anfangsfaden muss natürlich auch vernäht werden noch. Die ganzen Fäden vernäht. Ist euer Topflappen auch schon fertig. Es ist ein wunderschönes, ja, schnelles Projekt für zwischendrin. Sagen wir es mal so. Und wie ihr seht, das ist jetzt hier mein Rest von diesem ganzen Wollknäuel halt. Also es reicht wirklich ein Knäuel weiß. Und von dem Gelb braucht ihr wirklich nur ein ganz kleines bisschen für den Anfang hier. Ja, ihr habt eine superschöne Geschenkidee. Das ist mal wirklich sowas, ja. Das hat auch nicht jeder in der Küche, ne. Also ich finde es ganz lustig. Es war mal heute wieder so eine kleine Häkel live hier zwischendrin. So eine kleine, ja, Zwischenduschidee von mir. Ja, ich finde sie halt super praktisch, sehr schön, toll zum Verschenken. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht mit mir. Ihr habt euch auch schöne, coole, ja, Spiegeleitopflappen fertig gehäkelt. Die Zeit könnt ihr mir gerne zeigen, entweder in meiner Facebook-Gruppe Häkeln mit Woldusa oder natürlich auf Instagram. Da könnt ihr mich immer prima verlinken und dann sehe ich eure fertigen Werke. So, das war wie gesagt eine kleine Häkel live hier zwischendrin. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss. %&